20 vor 3 und Felix vom Volleyball ist spät dran. Achso, das soll sich reimen, genau. Aber nicht zu spät. Nein, nein, nein. Reiner war da, zwei Frauen, Christa war da, wer war noch da? Die ist schon heim. Marcel war da, die neue engagierte Spielerin vom Sandplatz war da, ich weiß den Namen nicht mehr, mehr weiß ich auch nicht mehr. Mehr ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Auch eigentlich hätten sie sich gar nicht unauffällig verhalten. Das ist ein Video. Ja, das ist ein Video. Ich habe gerade meine Kamera am Ladegerät, sonst hätte ich ein paar Bilder gemacht. Das wäre nicht so extrovertiert gewesen. Aber so muss ich halt Videos drehen. Ich muss, ich muss, auf, ich muss sie und überhaupt. Ja, fühl dich wie zu Hause, fühl dich wie zu Hause. Ich weiß jetzt auch nicht. Würdest du dich hier alleine zurechtfinden? Ich habe schon mal das Bier gefunden. Über die Märchen hast du das Bier entdeckt. Ich kann nur noch singen, sonst würde ich, also wenn ich mich unterhalte, wenn ich mich unterhalte, dann bin ich eher gerechtend unterwegs. So viel gesungen schon. Nein, so viel gesungen. Nice. Das ist einfach die schlechte Luft hier. Ja, viele Qualm, der da qualmt. Ah lala. Lalalala. Okay.